Doch wie will Ello es schaffen, dass der User kein Produkt für die Datenfirmen wird? Badnitz hat sich für sein Startup jedenfalls Geld von einem Investor besorgt. Laut Experten könnte es mit der Datensicherheit bei Ello aber bald zu Ende sein. Ello ist ein Startup, wo es natürlich Interesse gibt, dass die Investoren das Geld, das sie denen gegeben haben, in absehbarer Zeit normalerweise in wenigen Jahren zurückbekommen. Und das bedeutet, dass die Firma irgendwann verkauft werden muss, um das Geld wieder zurückzubekommen. Und da sind natürlich viele Fragezeichen in der Luft. Was heißt das, wenn die verkauft werden? Was sagt dann der neue Besitzer zu der Datenschutzpolicy? Also das ist noch alles sehr unsicher.